Warum bist du nicht in der Universität? Darum. Sag mal, willst du mir jetzt ständig nachspionieren? Seit Berns Tod ist alles verändert. Ja, mein Bruder ist tot, aber ich lebe. Und es wird nie wieder so sein, wie es war? Vielleicht würde ich einfach gehen und dich hier allein lassen. Wohin willst du denn gehen? Weg. Weit weg. Ich habe mir ausgerechnet, wie alt ich bin, wenn er rauskommt. Dein Vater? Ja, natürlich, mein Vater. Wer denn sonst? Hör mal, auch wenn er dich damals verlassen hat und eine andere geheiratet hat, der bleibt trotzdem mein Vater, ja? Warum bist du denn so aggressiv, Felix? Ich will ihn dir nicht wegnehmen. Also jedenfalls, von den zehn Jahren, die er bekommen hat, ist ein Jahr fast um. Das heißt, ich will genau 36 Jahre, als er mir da rauskommt. Was willst du? Nach deiner Firma sehen? Noch gehört sie deiner Mutter. Ich war bei ihm. Bei wem? Ich war im Gefängnis. Ich hatte nur Besuchererlaubnis. Sag mal, bist du verrückt? Du kannst dir den Luxus eines schlechten Gewissens nicht leisten, mein Lieber. Ja. Ja. Ich rufe gleich zurück. Das war deine Mutter. Sie wollte wissen, ob du bei mir bist. Nimm dich zusammen, Sven. Wir haben alles riskiert und wir haben es geschafft, deinetwegen. Also sei jetzt nicht undankbar. Ja? Morgen. Guten Morgen. Da draußen sitzt ein junger Mann, der will unbedingt mit Ihnen reden. Aha. Und worüber? Mir wollte er es nicht sagen. Ja, hat der auch einen Namen? Felix Fellmann. Sie erinnern sich? Der hat vor ungefähr einem Jahr gegen seinen Vater ermittelt. Ich erinnere mich sehr gut. Ich war nicht von seiner Schuld überzeugt. Daran kann ich mich wiederum sehr gut erinnern. Aber die Beweise sprachen gegen ihn und die Richter haben ihn verurteilt. Guten Tag. Sie haben ihn umgebracht. Bitte? Ich wollte es Ihnen nur ins Gesicht sagen. Sie haben meinen Vater umgebracht. Moment mal, wovon reden Sie überhaupt? Ach, Sie wissen wohl noch gar nichts, ne? Mein Vater hat sich gestern in seiner Zelle erhängt. Rufen Sie bei der Strafvollzugsanstalt an, Wiegert. Ach, mir glaubt er wohl nicht, was? Ich glaub Ihnen. Aber ich brauche eine offizielle Bestätigung. Wozu? Es hilft ihm nichts mehr. Er hat sich am Fenster gittert seiner Zelle erhängt. Er ist tot. Für ihn ist alles vorbei. Aber nicht für Sie. Er hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Kann ich ihn lesen? Nein. In dem Brief stehen Dinge, die er in den Verhandlungen verschwiegen hat. Und die beweisen, dass er es nicht getan hat. Ich müsste den Brief lesen. Ich hab ihn verbrannt. Aber ich hab ihn gespeichert. Hier oben drin. Und ich werde alle bestrafen, die am Tod meines Vaters schuld sind. Hören Sie zu, Herr Fehrmann. Bis zum gewissen Grad kann ich ja Ihre Aufregung verstehen. Aber die Beweislage gegen Ihren Vater war eindeutig. Was nennen Sie Beweise? Indizien, ja? Und Lügen. Die Richter waren anderer Meinung. Und Sie? Das stimmt. Jakob Fehrmann wurde gestern Nachmittag erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Es ist mir nicht leicht gefallen, hierher zu kommen. Das können Sie mir glauben. Das hat Sie niemand dazu aufgefordert. Jakob muss beerdigt werden. Es war Ihr Mann. Es war auch mal Ihr Mann und Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Er hat sich für Sie entschieden. Ich kann ihn nicht beerdigen und ich will es auch nicht. Ich weiß, wer ihn beerdigen wird. Sein Sohn. Felix. Er hat seinen Vater geliebt. Trotz allem. Hassen Sie mich? Nein. Sie haben Jakob kein Glück gebracht. Er hat Sie nur unglücklich gemacht. Sie tun mir leid. Er lässt sich nicht abweisen, Herr Blanz. Können Sie sich vorstellen, warum ich hier bin? Erst einmal guten Tag, ja. Ich hab Sie was gefragt. Soll ich gehen? Nein, nein, bleiben Sie. Es könnte sein, dass ich jetzt einen Zeugen brauche. Tja, ich habe gehört, dass Ihr Vater sich heute Morgen im Gefängnis erhängt hat. Das tut mir wirklich leid. Sie haben ihn damals vor Gericht verteidigt. Tja, ja. Ich hab am Bestes getan. Nein, das haben Sie nicht. Kann Sie das beurteilen? Ihr Vater, und das soll ich nur Ihnen, weil es jetzt keine Bedeutung mehr hat, hat mir gegenüber die Tat gestanden. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Sie lügen! Ich musste meldernde Umstände für ihn erreichen. Mein Vater hat mir einen letzten Brief geschrieben. Und? Und ich weiß jetzt von Tatsachen, die er damals verschwiegen hat. Herr Bayer, es geht um den Abschiedsbrief, den Jakob Fellmann an seinen Sohn Felix geschrieben hat. Furchtbare Sache, das bringt Unruhe in die Anstalt. Sein Sohn behauptet, in diesem Brief stehen Tatsachen, die den Fall in einem neuen Licht erscheinen lassen. Wenn das so gewesen wäre, hätten wir Sie benachrichtigt. Sie haben den Brief halt so gelesen? Ja, wie alle Gefängnispost. Und? Es wurde eine Kopie erstellt. Der Brief ist ganz kurz, ich lese ihn Ihnen vor, ja? Lieber Felix, verzeih mir, mich hat der Mut verlassen. Glaub mir, dass ich unschuldig bin. Versuche ein Mann zu werden, der aufrecht durchs Leben gehen kann. Dein Vater. Was steht denn in diesem Brief drin, den Ihr Vater Ihnen geschrieben hat? Er hat geschrieben, dass Sie ihn absichtlich schlecht verteidigt haben. Sie wollten gar keinen Freispruch. Warum das? Weil Sie jemanden decken wollten. Und das hat Ihnen Ihr Vater geschrieben. Sie lügen. Ich meine, ich kann verstehen, dass Sie verzweifelt sind. Nur, es gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, solche Verleumdungen zu erfinden. Wollen Sie mir sagen, welche Rechte ich habe, ja? Ich glaube kaum, dass Sie den Unterschied zwischen Recht und Unrecht überhaupt kennen. Der Junge hat gelogen, was den Abschiedsbrief betrifft. Erstens hat er nicht verbrannt. Und zweitens steht da nichts drin, was weitere Ermittlungen rechtfertigen würde. Ein Glück, da kann ich ja die Akte Fellmann wieder wegpacken. Ja, Moment, Moment, Hahnem. Nicht so schnell. Ich meine, warum tut der Junge das? Warum erzählt er uns Lügen? Er kommt mir vor wie ein kleiner Junge, der Steine ins Wasser wirft, nun die Wellen zu beobachten, die daraus entstehen. Erstens ist ihm sein Alibi geplatzt. Er hatte behauptet, zur Tatzeit bei einer Frau gewesen zu sein. Die da heißt? Moment. Sigrun Wedekindau. Und zweitens gab es einen Zeugen, der ihn beobachtet hat, wie er das Zimmer verließ, in dem der Mord geschah. Nämlich seine Ehefrau. Das ist hier ein Privatgrundstück. Komm Sven, spiel dich nicht so auf, ja? Tut's mich nicht. Wenn du was willst, dann kannst du hier hochkommen. Ich dachte, wir waren mal Freunde. Oder sowas ähnliches jedenfalls. Tja, das hat dein Vater kaputt gemacht. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Hau ab, Felix. Doch, ich hab dir was zu sagen. Mit deinem Vater, das tut mir leid. Hat sich aber schnell rumgesprochen, hm? Aber das ändert nichts zwischen uns. Vielleicht doch. Er hat mir einen Abschießbrief geschrieben. Ich kann mir denken, dass das eine schwere Zeit für dich ist. In diesem Brief stehen übrigens Dinge, die ich gar nicht gewusst habe. Die wohl niemand gewusst hat. Ah, ja? Und was? Hast du deinen Bruder Bernd eigentlich geliebt, Sven? Lass meinen Bruder aus dem Spiel. Und es ist wahr, dass ich gehasst hab? Das Gericht hat deinen Vater für seinen Tod verurteilt, ja? Ja, das war dein Todesurteil. Tja. Der, der die Schuld daran hat, wird dafür bezahlen. War schön vorsichtig. Es lässt mir keine Ruhe. Warum hat der Jakob Fellmann sich erhängt? Er hat bis zum Schluss behauptet, unschuldig zu sein. Ja, aber er hatte doch ein handfestes Motiv für den Mord. Die Firma seiner Frauen? Genau. Sein Stiefsohn Bernd wollte ihn aus der Firma drängen. Jakob Fellmann hatte die Leitung der Firma nach dem Tod von Bernds Vater übernommen. Und er hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. In dem Testament von dem alten Gardner steht drin, dass sein Sohn Bernd nach dem 28. Geburtstag als Universalerbe eingesetzt werden soll. Und er hätte seine Stiefvater sofort gefeuert. Aber vier Tage vor diesem Geburtstag wurde er ermordet. Totschlag im Affekt. So lautete das Urteil. Ach so, die Beerdigung ist morgen. Morgens. Wozu waren wir jetzt hier? Vielleicht haben wir wirklich einen Fehler gemacht. Ja, das glaube ich nicht. Was glauben Sie denn? Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass wir unsere Zeit verschwenden. Die Indizien waren doch eindeutig damals. Wir werden sehen. Oh nein. Halten Sie mal an. Polizei! Mach weg! Und geht's? Schmerzen? Nein, es geht schon. Langsam, langsam, langsam. Mach mal weg, Polizei! Kripo München. Kollege, nehmen Sie den Typ mit, der ist vorläufig festgenommen. Aber seien Sie vorsichtig, der ist gewalttätig. Fahren Sie mit, Wiegand. Wer ist das? Das ist einer von hier Glatzen. Sie haben Felix Fellmann nach der Beerdigung überfallen und brutal zusammengeschlagen. Wie, ein wehrlosen Mann im Rollstuhl? Wer macht denn sowas? Was muss er denn da fragen? Die Trickskerle haben ihn fürchterlich zugerichtet. Hm? Da war doch noch was. Ah! Haben die Kollegen nicht genug gefilzt, hm? Sie schlagen auf wehrlose Leute im Rollstuhl ein. Die sind sehr gefährlich. Da braucht man schon so einen Schlagring, was? Name, Josef Horten, Alter 31, wohnt in der Georgensstraße. Hast du eine gute Gegend? Also, dann schauen wir mal, was der Computer sagt. Da, da ist er. Josef Horten, zweimal vorbestraft wegen Körperverletzung und einmal wegen eines Raubeüberfalls. Der Junge hat einen Stein ins Wasser geworfen und es hat Wellen gegeben. So. Der ist jetzt erst mal aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Glatzen sehe, kriege ich es kotzen. Wo ist er denn jetzt? Eine Uhrhaft. Wollen Sie zu ihm? Ja. Vielleicht ist das ja unsere Chance. Guten Tag. Wir würden Sie uns bitte allein lassen. Tja, so wie ich das sehe, haben Sie diesmal verdammt schlechte Gartenorden. Lass Sie nicht sagen. Ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ja. Sehr schön. Ich höre. Von meiner Aussage wird vor Gericht alles abhängen. Und ich werde Aussagen, Sie hätten versucht, Felix Fellmann zu erschlagen. Totschlag. Das ist eine Lüge. Das ist mein ganz subjektiver Eindruck. Warum erzählen Sie mir das? Ich könnte meine Aussage nochmal überdenken. Was wollen Sie dafür? Die Wahrheit über den Überfall auf Felix Fellmann. So, Kollegen. Hier bringe ich uns unseren Liebling zurück. Herr Horten hat sich bereit erklärt, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Hane, alle Fotos aus der Akte Fellmann, bitte. Kommen Sie. So. Schauen Sie sich die mal genau an. Ist da irgendwo der Team drauf, wer Sie dafür bezahlt hat, dass Sie Felix Fellmann überfallen? Wie? Das war ein bestellter Überfall? Ja. Jetzt haben wir endlich was in der Hand. Der war's. Sehr gut. Und die Abmachung zwischen uns gilt? Wenn sich Ihre Aussage als richtiger weiß, sehe ich kein Problem. Ab mit ihm. Bernd Blas, das ist doch der Rechtsanwalt der Firma Gardner. Ja. Und der war da auch der Verteidiger von Jakob Fellmann. Das verstehe ich. Das ist mir zu hoch. Die Hauptsache ist, wir können wieder ermitteln. Es gibt neue Fakten. Fangen wir bei der Frau an, die damals das Alibi von Jakob Fellmann platzen ließ. Wieso die? Ich denke, sie war's, die wir heute Morgen bei der Beerdigung gesehen haben. Ach so. Und danach bin ich ihr noch in einem Hausfuhr von Felix Fellmann begegnet. Hane, Sie knöpfen sich den Anwalt vor. Liegen Sie sich, Frau Gardner. Der Rollstuhlfahrer hat zwar ein bisschen Staub aufgewirbelt, aber es legt sich doch wieder. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Zwei Tote, mein Sohn und mein Mann. Niemand konnte voraussehen, dass Jakob sich gleich aufhängt. Ist ja vollkommen verrückt. Steht ja in keiner Relation mehr. Der Preis ist einfach zu hoch. Mein Preis? Wer redet denn von Ihrem Preis? Sie haben doch bekommen, was Sie wollten. Nämlich 20 Prozent der Firmenanteile. Wovon reden Sie denn? Ich rede von Dingen, von denen Sie nichts verstehen. Ich hätte das niemals mitspinnen dürfen. Menschen verlieren ihren Verstand und dazu ihr Leben wegen einer Firma. Glauben Sie wirklich, dass die Wedekind vor Gericht falsch ausgesagt hat? Erst hat sie die Angaben von Jakob Firmann bestätigt, dass sie zur Tatzeit in dem Haus gewesen ist und kurze Zeit später hat sie sie wieder rufen. Vielleicht sagt sie uns ja heute, welche Aussage die richtige war. Vielleicht, ja. Sie sind ja heute. Ihr zauberhafter Mann Jakob hat versucht, hinter Ihrem Rücken die Firma zu übernehmen. Sehen Sie, davon rede ich. Und er hat sie mit Sigrun Wedekind betrogen. Und Sie konnten es nicht erwarten, mir das zu erzählen. Und damit hatten Sie mich. Hätte ich schweigen sollen. Der Herr ist von der Polizei. Er wollte nicht warten. Guten Tag. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Ein bisschen mehr Höflichkeit hätte ich von der Polizei schon erwartet. Wissen Sie, manchmal ist Höflichkeit reine Zeitverschwendung. Kennen Sie einen Mann namens Josef Horten? Josef, wer? Horten. Nein. Aber er kennt Sie. Na, ich gehe schon. Hallo? Ach, du bist's, hallo. Ja, gut. Und wann? Okay. Ja, ich komme. Mach doch keine Sorgen, da komme ich schon hin. Bis gleich. Wer war denn das? Mama, ich muss weg. Das lasse ich nicht zu. Das wirst du zulassen müssen. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Sie haben einen Mann dafür bezahlt, damit er Felix Fellmann zusammenschleckt. Da stellt man sich doch Fragen. Sollte der Mann ihn totschlagen? Ich streite Ihre Entschuldigung ganz entschieden ab. Das macht nichts. Wir haben eine Zeug. Andere Frage. Damals haben Sie Jakob Fellmann verteidigt. Auf seinen Wunsch? Natürlich. Ich bin doch Anwalt der Firma, was leg ich nicht her. Aber Sie haben auch ein gutes Verhältnis zur Familie des Mordopfers. Gab es da keinen Interessenskonflikt? Sie kennen die Mutter des ermordeten Gutes und verteidigen den Mörder? Ich frage Sie noch einmal. Buch auf, holen Sie hinaus. Ja? Ja. Ich will darauf hinaus, dass der Fall Jakob Fellmann wieder aufgenommen wird. Und dass Sie dann zu den Verdächtigen gehören. Es hat ein Urteil gegeben. Und es hat wieder einen Mord gegeben. Jetzt kann Sie Ihre Aussage gegen Jakob Fellmann nicht mehr widerrufen. Sie meinen, das ist das Motiv für den Mord? Felix Fellmann hat erreicht, was er wollte. Der wirkliche Mörder hat Nerven gezeigt. Ich hätte früher reagieren müssen. Bis jetzt waren wir uns durch die Hände gebunden. Ich hatte Ihre Kontoauszüge. Sie hat seit ungefähr einem Jahr monatlich 5.000 Mark überwiesen bekommen. Das Schweigegeld. Einzahler ist immer derselbe. Firma Gardiner. Sie hat damals ausgesagt, dass sie zur Tatzeit zu Hause gewesen ist. Und wenn Jakob Fellmann kurz nach der Tat aus dem Zimmer gekommen sei, in dem der Mord geschah. Wenn Jakob Fellmann es nicht war, wer war es dann? Der richtige Mörder soll geschützt werden. Und wir kennen auch jemanden, der clever genug ist, sich das auszudenken. Bernd Blas, der Anwalt der Firma Gardiner. Moment mal. Ich habe die Wedigin der Reute in dem Haus von Felix Fellmann gesehen. Und wenn Sie Felix Fellmann die Wahrheit gesagt hat? Dann ist er jetzt in Gefahr. Exakt. Sie beide fahren zur Gardiner und ich versuche, diesen Felix zu erreichen. Das dürfte die Polizei sein. Wo ist Sven? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich habe ja viele Fehler gemacht, aber auf Sie zu hören war wohl einer meiner größten. Ohne Sie hätte doch das alles nicht funktioniert. Ich weiß. Ich habe es getan, um die Firma zu retten. Für wen? Für Sven. Aber der Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel. Es ist nicht die Zeit für Sentimentalitäten, Frau Gardiner. Sie haben Angst. Alle käuflichen Menschen haben Angst. Halten Sie den Mund. Gehen Sie ins Wohnzimmer. Guten Tag. Ah, wir haben eine Polizei. Bitte kommen Sie rein. Mein Kollege Wiegand. Danke. An alle Wagen. An alle Wagen. Eine wichtige Durchsage der Polizei. Wer hat in der letzten Stunde einen jungen Mann in einem Rollstuhl in der Heinrichstraße 18 abgeholt? Der betreffende Fahrer möchte sich bitte sofort melden. Hier Wagen 336. Ja, Wagen 336. Ich habe diesen Mann für eine Dreiviertelstunde abgeholt. Und wohin haben Sie ihn gefahren? Zu einem ehemaligen Fabrikgelände außerhalb der Stadt. Schwer zu finden. Wo sind Sie jetzt? Passivallplatz. Bleiben Sie da. Ich komme sofort. Vielen Dank für Ihre Mühe. Gern geschehen. Als Kinder waren wir ziemlich oft hier, Felix. Ja. Wir sind aber keine Kinder mehr. Damals konntest du nur richtig gehen. Sogar Rennen. Weißt du noch? Du hast jeden Wettlauf gewonnen. Und mein Vater hat noch gelebt. Mein... Mein richtiger Vater. Offen gestanden kann ich mir nicht vorstellen, dass du gekommen bist, damit das zu erzählen. Und dann ist er gestorben. Und dann hat... Dein Vater meine Mutter geheiratet und... Ja, und da fing alles an. Was fing an? Mein Bruder hat mit deinem Vater um die Firma gekämpft und... Und du, was war mit dir? Ich... Ich habe keine Rolle gespielt. Ich war bloß der kleine Bruder. Ich war überflüssig. Verstehst du? Ich weiß, was du vorhast. Ah ja? Weißt du das? Sehr interessant. Die meisten wussten das nicht. Die... haben mich unterschätzt. Aber es ist ziemlich gefährlich, mich zu unterschätzen. Wie dein Bruder Bernd, ja? Der hat dich wohl auch unterschätzt. Ja, das hat er. Und jetzt erbst du die Firma. Das kapierst du nicht. Sie gehört meiner Mutter. Und dein Vater wollte sie ihr wegnehmen. Und dann wollte sie Bernd für sich haben. Ja, genau wie du. Du... Du warst es. Du hast deinen Bruder umgebracht. Weil du ihn gehasst hast und beneidet hast. Stimmt's? Ja! Na ja, wenn du es sagst! Hier ist er ausgestiegen. Wo ist er denn wieder hingefahren mit seinem Rollstuhl? In diese Richtung. Alles klar. Hier die Rechnung zahlt die Firma. Firma? Ja? Firma. Ich wollte ihn eigentlich fragen, was er hier will. Ja. Hab's aber dann lassen. Jeder muss selbst wissen, was er tut. Alles klar. Wiederschauen. Eine Frau Sieg und Wedekind. Ist Ihnen doch bekannt, oder? Ja, aber natürlich. Sie war eine Belastungszeuge in dem Prozess. Wie erklären Sie die Tatsache, dass Frau Wedekind seit Ende des Prozesses jeden Monat 5.000 Mark von der Firma Gardner erhält? Oh, da gibt's ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Sie promoviert in Betriebswirtschaft und hat einen Beratervertrag mit unserer Firma. Sieg und Wedekind ist tot. Sie ist ermordet worden. Nein. Aufschuss. Wann ist das passiert? Vor ein paar Stunden. Sie überlegen sich jetzt ganz genau, was Sie sagen werden. Und Sie halten jetzt den Mund. Du hast diese Schlampe dazu gebracht, dass sie ihre Aussage widerrufen wollte. Aber sie war blöd genug, mich vorher anzurufen. Heißt du, das hast du dir auch umgebracht? Ja? Ja? Ja, es ging nicht anders. Und du warst blöd genug, mit dem Brief von deinem Vater zu drohen. Du hast es nicht verstanden, Sven. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ah, nein? Nein! Ich wollte die Wahrheit wissen. Verstehst du? Ah, ja. Und jetzt weiß ich Bescheid. Ja, und das hast du jetzt davon. Drei Tote. Jetzt ist aber genug. Als Ihr Anwalt verbiete ich Ihnen jedes weitere Wort. Ja, was denn nicht noch alles? Ich bin an Heimschuld. Wer kam wirklich aus dem Zimmer, in dem ihr Sohn Bernd erschlagen wurde? Meine Söhne haben sich gehasst. Sie waren wie die Kampfhähne. Es gab immer Streit. Der Ältere quälte den Jüngeren bis aufs Blut. Lieblingsthema war die Firma. Die hat überhaupt unser ganzes Leben vergiftet. Und am Tag des Mordes, da gab es wieder Streit? Ja. Ich war hier unten. Ich habe alles gehört. Plötzlich stürzte Sven aus Bernds Zimmer, raste die Treppe hinunter und hinaus aus dem Haus. Ich wusste nicht, was tun. Mein Mann war nicht zu Hause. Ich wollte irgendjemand anrufen. So habe ich eben Herrn Blas angerufen. Der kam sofort. Und Sie beschlossen Ihren Mann zum Mörder zu machen? Es war so leicht. Das ist ein geschickter Mann. Er hat sofort alles geplant, organisiert. Wissen Sie, für viel Geld macht er alles. Und Geld. Das hatte ich. Warum haben Sie das getan? Wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich beide Söhne verloren. Das haben Sie jetzt auch. Ja. Aber wenn wir schon bei der Wahrheit sind, ich habe das nicht nur getan, um meinen Sohn zu retten. Es war eine einmalige Chance, meinem Mann eins auszuwischen. Wir hatten das übliche Elend. Er hat mich betrogen nach Strich und Faden. Nicht nur mit Frau Wedekind. Irgendwann war mir klar, dass er mich nur geheiratet hat, um an die Firma ranzukommen. So was ist schwer zu nehmen. Ich konnte es nicht. Ich habe ihm das nie verziehen. Es wird aussehen wie ein Unfall, ha? Ja, genau. Geht auch ganz schnell und tut gar nicht weh. Weißt du, ich wollte Bernd nicht erschlagen, aber es ist eben passiert. Es ist auch gut so. Und dann habt ihr meinen Vater geopfert. Tja, das ist erstaunlich. Und alle haben mir geholfen. Dein Vater war eben der richtige Mann. Du hast nicht nur deinen Bruder erschlagen. Wenn Sigrun Wedekind ermordet, du hast auch meinen Vater auf dem Gewissen. Okay, Felix. Machen wir es kurz. Bleib ganz ruhig. Mich bewegen. Hey! 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 Halt stehen oder du bist tot! Lass die Hände oben! Dreh dich um! Leg dich hin! Ganz ruhig! Danke! Danke! War knapp, ha? Ja! Ich hatte einiges wieder gut zu machen. Ich hasse diese Art Gründe! Konntet ihr euch nie einen anderen Ort aussuchen? Was hat das bei dem Tipp hier? Ja! Ja!